Warum habt ihr mich gerufen? Oh, da wurde ich jetzt gerade wieder nur... ...veralbert und von hier kommt gar nichts. Kommt alles von hier wieder. Ja, heilt euch vor! Heilt euch vor! Ein damn Angriff! Hinterton! Was liegt an? Für den Clan! So wie es aussieht, wurde ich veralbert. Hier kommt nichts. Krieg! Ich rieche Blut! Ach doch, jetzt kommt da ein einzelner Hasimkrieger mal wieder angerannt. Aber der ist ja jetzt harmlos. Der brennt halt auch gut. Feind in der Stadt! Feind in der Stadt! Entdeckung! Entdeckung! Krieg! So, wir brauchen mindestens noch zwei Bevölkerungs-Upgrades. Also auf 60 sollten wir schon hochgehen, bevor wir uns mit den Hasim-Lagern anlegen. Mal einen Blick da runter riskieren. Ja! 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 Und dann nehmen wir uns mit den Hasim-Lagern anlegen. Wie ist denn... Ja! Ich bin ja... Wohin? Dorthin also! Was du jetzt? so jetzt kann ich mal unsere linie sammler verteilen also er müsste auf jeden fall zuerst die seite ausschalten weil hier kommen immer die gegner hier weil wir jetzt gerade ja zum glück uhr haben hab nix gesagt ach ja die dämonen sind vor dem tor das ist auch praktisch naja hier sind glaube ich nur noch gegner aber keine zelte mehr übrig ja und da kommen sie jetzt wieder hier hoch gerannt und die da auch gleich ja euch vor tot den feinden klang brüder zu mir klang brüder zu mir nicht schrug okay wie gesagt nahrung müssen wir noch ein bisschen warten da kommt schon wieder ein angriff so kriegen wir wenigstens aber nun mittlerweile geringe paus punkte naja holz ist kein problem gehen ja auch nicht wir haben bereits alle gebäude alle abgebäudes für die gebäude also einheiten abgebäudes integriert nicht zurückweisen nicht zurückweisen Oh, deren Angriff ist jetzt putzig. Auf jeden Fall brauche ich noch ein paar Hornbläser erst mal. Was wollt ihr? Achso, du bist ein Jäger, okay. Oh, da kommt wieder unser einzelner Hasimkrieger. Sie sind in der Stadt. Gut. Bald können wir auf 50 gehen. Wie gesagt, bevor wir das Tour der Genie, wie auch immer, öffnen, sollten wir auf jeden Fall dann nochmal, ja, mehr Brander, 25 Brander eigentlich, hätte ich gerne. Nahkampfmäßig bin ich schon gut eingeteckt. Ich brauche noch ein paar Hornbläser. Also jetzt dann fünf Hornbläser, äh, nicht Hornbläser, sondern Trommler. Ja, und dann... Also fünf Trommler. Fünf Brander. Fünf Brander. Beim nächsten... Bei der nächsten Erhöhung nochmal zehn Brander. Dass ich halt dann auch gegen die blöden Mumien gewappnet bin. Ja, dann machen wir erstmal das Lager hier platt. Gehen kurz hier bis hier hoch. Alles abklappern. Dann gehen wir hier unten rum. Erst hier. Wobei, dann wäre es die Dämonen, wenn wir schon da unten dann sind. Äh... Panther. Und ja, jetzt müssen wir auf viel Nahrung warten. Hm. Ja. 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 Hier wird es teilweise immer antäuschen, dass sie da oben lang wollen und dann kommen sie doch unten lang. Da, kommen sie wieder. Da sind meine Brander. Allgemein sind Totems ein bisschen besser als Brander. Ich rieche Blut. Für den Clan. Weil Totems haben ein Gift-Totem und ein Schild mittlerweile. Also nach dem Upgraden. Was liegt an? Was liegt an? Hinterkommen! Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ein Gegenangriff! Hinterkommen! Nicht zurückweichen! Warum habt ihr mich gerufen? Ich fühle sie! Ich fühle sie! Da kommt schon der nächste Angriff. Da! Nicht zurückweichen! Ich rieche... Ich rieche... Ich rieche... Ich rieche... Ich rieche... Ich rieche... In Deckung! In Deckung! Na, lass sie kämpfen. In Deckung! In Deckung! Oh, da kommt noch einer. So, es kommt dann besser... 안 durch. In Deckenangriff! Klang, in Decks! Die Bewerber. Die Bewerber. Die Bewerber. Die Bewerber. Die Bewerber. Die Bewerber. Ich rieche. Ich rieche. Das wende. Krieg, tue wie befohlen Vorwärts, vorwärts für den Clan Bin schon auf halbem Weg Oh, da kommt wieder ein Seins Vielleicht schafft das irgendwann, einen Turm einzureißen Sie sind in der Stadt Und wenn du jetzt den anderen anfängst zu hauen, dann bringt das natürlich nichts Gut Problem ist, dass ich jetzt 2000 Nahrung brauche Was heißt Problem? Es ist halt einfach so, dass wir das noch abwarten müssen Und ja, dann Kümmern wir uns um das Lager hier Wir haben halt keine Dunkelelfen, die uns mal schnell mit Pilzfarben nahrung bringen können